Hallo Leute und herzlich Willkommen zu MCDP 1 Folge 1 zusammen mit Melko-1 oder einfach stmx. Moin moin! Genau. Unsere Teilzeit ist jetzt erstmal weg. Oh ne ich bin noch im Game Mode. Oh lol. Warte ich muss kurz noch aus dem Game Mode. So. Wenden noch alles. Ah jetzt. Okay. Let's go. Komm, 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 komm. Einfach weg. Achtung. Hinter mir. Warte wieso ist diese Schrift bei dir auch noch? Hinter mir. Seid sie hinter uns? Oh oh oh. Alter schon fast wieder runter gefallen. Hinter uns. Ey wo bist du? Ich bekomme Hits? Komm was hier auch bauen. Ah lol du bist... Okay es laggt extrem warte mal. Warte ich muss kurz rejoinen. Einte was ist passiert? Ich muss kurz rejoinen. Warte mal. ja und wir haben die ganze zeit noch so ein bisschen technische probleme mann wieso ist du ist dieser schriftzug bei dir auch ja ich und alles leckt auch extrem ja tun mir leid aber ich bin ich glaube an der berichtung gelaufen wir haben ich bin so angespannt trotzdem immer noch ja die anderen drei nicht machen leider aber ich habe hier ein schwert hier also die sind schon in der mine doch doch guck time to mine das hast du jetzt auch so ohne schaufel weiter holz aber unsere zeit ist besser als sie aber steht dieser schriftzug bei dir auch der übelst ja das ist glaube ich noch wegen halbwegs das ist das problem da da müssten wir michael der hat auch schon da müsstest du aber scheiß drauf kommen okay leute dann wird es beim nächsten mal weg sein wir haben heute voll noch ein bisschen halbwegs der trainiert trainierten anführungszeichen ja wo bist du genau wir haben uns so ein bisschen versuch einzuwerden also morgen weiterlaufen ich habe auch nur zwei balken verbindungsdings weiß nicht wieso ich verstehe du hast 800 penge ist wirklich so ja also ist das wichtig ist für einen fight ist das halt richtig unpraktisch aber komm lass noch nicht schnittzeiten bist du komm ich komm also ja ich habe okay meine schwester ist rechte gehen ich komme hier hinter da hinten doch so lol ich habe ja keine essen links mehr also das geht ja wir müssen unbedingt essen holen unbedingt aber wieso ich fange ich hole ich hole essen wir möchten möglichst früh in der höhle aber ich kann sie schlafen haben noch aber da war es ist viel wichtiger ich habe sie nicht weil sonst ja auch kommen was sie einfach noch gleich ich habe jetzt fünftens jetzt fünften holz ich glaube es reicht für das erste ja ich habe 19 also 19 bürken und jetzt noch ein bisschen hinter mir hinter mir aber lava pass auf lava hier aber warte mal ich ähm wir müssen vielleicht können wir hier nicht mehr pass auf da ist gerade lava 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 reinlegt oder meine schwester hat mir kurz geschrieben ich muss kurz nie kurz ey mach einen ofen ich muss kurz essen ich muss noch kurz ich hab ein herz mach einen ofen mach einen ofen sofort ja hier komm nimm mein essen noch oh hier oh geil boah ich wär ja fast verrückt ey okay so ein eisen ein eisen naja immerhin aber pass auf mit der lava warte ich weiß was wir auch wir machen hier kurz auf so ne spitzhacke ne alles gut alles gut das heißt nicht schon ne noch ein bisschen stein hier da ist so weiter da bist du jetzt kurz eine spitzhacke machen kannst du den crafting nochmal hin platzieren ne ne ich hab nicht ne ich hab nicht nimmstens meine stein schaffen okay mit wo ist unsere praktik immer ja hier vorne sind noch mehr chicken komm ja komm grad ich komm richtig viele chicken aber weder weder suchen im für die bösen dann wir uns verlaufen weil ich bin auf einem baum in dieser schrift ich bin da hinten ich bin da hinten ich glaub ich seh dich ja ich seh dich ok boah alter du hast in der ersten folge verloren das wär's ja oh ne die haben lava eimer schrumpf ich wollte mich verarschen wo ist denn meine schwester noch am liebsten ich bin da nicht weil ihre kollegen kann halt auch noch nicht er hat irgendwie probleme sich zu verbinden ne noch weiter komm ja ich bin hier hoch 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 nicht schluss hier ah ja hier schrift trigger mach hier vorne ähm denk du mir ja ich bin ich hab genug holz ich hab genug holz ich hab genug holz alles safe ich hab auch noch holz hat das glaube ich nicht von dem problem mehr das essen komm noch ein bisschen holz davon nicht dass wir so die probleme haben da also ich glaub die sind schon blöde richtig krass ich hab keine chance ich glaub das ist jetzt nur jetzt hoffs wieso komm mit und ich bin ich mich die hausen anreiten nicht die hausen anreiten ich hab viele rabbits altes was haben die schon alles warte mal ich tötte hier noch ein paar chickens dicke und sie sagen wie so ein schmied ja eben das ist halt ja weil sie eisen und so haben das ist ob die schon ne die gehen mir davon die sauber hab ich ein bisschen angst wenn die uns jetzt mit bis hinter mir bis hinter mir bis hinter mir Warte mal, wo bin ich? Warte mehr, ich hab noch, ich hab noch Ich hab noch Ich hab noch Schweine Bringt halt auch nix, wenn ich raustappe Wirst du? Kurz vorm Server und dann wieder draufkomme Ich bin, ich bin da und Wirst du? Ja, das Problem ist schon beim Holz, oder den Apfel Ja, ich bin schon weitergelaufen Ach so, wo? In welche Richtung? Ja Richtung Ja, ja Ja, ich kann's nicht schlecht sein Ja, egal, warte ich Geh auch mal in deine Richtung Richtung Killerhasen Ja, warte ich komm zurück Ich bin da den Berg hochgelaufen Ich bin nicht Richtung Killerhasen Gelaufen, ja, wir haben uns schon verlaufen Die Richtung Das war richtig Jetzt Da ist immer Dann noch 6 Minuten, wie wir es jetzt Wo bist du? Ja, hier, hier, hier Hier oben, hier oben Oh, okay Und jetzt noch 6 Minuten, unser Ziel zu erreichen Noch, ja Oh Gott, ey Schweine, komm Was machen die, ey Oh, es wird nacht Och, nee, jetzt wird's gefährlich Nee, nee, ja, jetzt haben wir ein Problem Ähm, gehen wir unter die Erde Aber ich hab fast keine Essen Bist du? Hier, hier, hier Wir kommen, wir kommen Ich hab schon genug Oh, scheiße, ich bin schon langsam Ja Ich, äh Ich hab... Wir kommen, wir kommen Ähm Können wir danach bitte kurz nochmal Rosen aufstellen? Weil ich muss mein Chicken verraten Weil ich glaub, sonst vergittelt das nicht Nee, ich glaub nicht Wir kommen, wir kommen Wir haben jetzt ein Problem, um zu sprechen Okay, auf eine Fläche Aber nicht so gut, dass bohren viele Mobs Aber scheiße, ich bin längst du rum Ähm Da ist noch... Die Schweine mitnehmen Oh Gott Wir müssen so aufpassen, dass Branded Fire on ist Und Und Die Schweine Ey, ich zieh halt nichts Warte mal, ich muss kurz... Ah lol, warte, ich hab Premiere glaub ich noch Das... Weißt du, schnell So, right Ja, so Irgendwie besser Weißt du Ja, hier, komm Schnüffel spielen Hä? Weißt du Warte mal, ich seh nichts mit diesem Schnüffel Ah, hier Okay Seh dich halt kaum mit diesem Schnüffel Also dann Also in Distanz Das ist relativ scheu Ja, aber ich hab nur noch drei Hungerquellen Ja, ja, alles gut Noch einmal zu verhauen Bringen die Hasen auch was? Ja, aber nächstes Problem hier vorne Dann Ey, ich kann einfach bald nicht mehr rein, warte, ich ess kurz den Chicken Okay, nee, vergiftet mich doch nicht Hehehe Okay, aber ähm Nächstes Problem hier vorne Dann Ey, ich kann einfach bald nicht mehr rein, warte, ich ess kurz den Chicken Okay, nee, vergiftet mich doch nicht Okay, aber ähm Ich würde sagen, oder? Weil wir haben auch nicht mehr halt zu lange Zeit Also Also, bau ich hier rein, bau ich hier rein Okay Aber hast du viel Essen, weil ich hab... Ich hab... Scheiße, ich hab können Bau ich hier rein, ja, genau, Gott Dann wollen wir schon runter? Ich glaube schon, oder? Dann bau ich schon runter Ja Ich hab' jetzt auch nicht zu Ich hab' jetzt... Ja, es geht Aber unterwegs sind wir safe irgendwie noch Ja, ich denke schon Hast du noch Erde? Hast du noch Erde? Verschwenden für Kohle Ich bin... Lass es sein, ich bin nicht zu mir rein Ich hab' ja... Ich hab' ja... Eins Und zwei Steckholz Also... Ja, das reicht aber weit Weil ich hab' ja auch noch Holz Das ist geil Das ist geil Ähm Cool 13 hab' ich gesagt Das heißt, ob wir nirgendwo Kohle finden Kannst du auch noch ein bisschen Ausschau halten? Weil es kann sein, dass ich Kohle über See habe Ihr habt Kohle, oh geil Perfekt Können wir um zu Fleisch praten? Ja Aber ich will erstmal kurz ne Fachel, weil sonst... Bau... Bau nicht nach vorne, bau nicht zu Alter... Ich hab' ja... Ich hab' kaum noch Leben War das gelungen? Bäh nicht nach vorne, ich glaub' da kommt gleich was rein Bau dich... Bau dich... Bau dich rechts runter, nicht hier reinbauen Ich hab' das gefühlt, dass da gleich was reinkommt Ja Komm, geh zu hoch, geh zu hoch Weil ich... Ich hab' nicht hier Ich fragte kurz um das Fleisch Ja Ich mach' ja noch mal eine Fackel hängen Mann, diese Schriften, ey Ich höre Lava, pass auf, ne Wenn du jetzt hier runterkommst Aber passt Passt du auch auf Ja Ich hab' nur noch eine Minute Ich hab' keine Dings mehr Oh, oh, oh Scheiße, was Ja, wir haben gerade noch nur knapp ne Minute Ähm Ja, ich hab' Ich hab' Ja, crafte, crafte, schnell Das Eisen müssen wir noch mitnehmen Unbedingt Oh Ey, Scheiße, bei mir leckt das so Ähm Ja, Leute, wir haben noch keine Ahnung Uploadplan gibt's nicht so wirklich einfach Wenn wir können, weil wir haben beide Bisschen Sachen um die Ohren jetzt auch mit Schule und Arbeit und alles Oh, naja Das wird noch das Eisen, aber ich hab' auch noch Eisen Was? Ich hab' auch noch Eisen Äh, aber ich behalte das Eisen mal im Inventar, ich muss sowieso mal ein bisschen aufräumen Hier Ja, komm, hier, ich shoppistiert und noch bei Eisenblock Nein, hab's genommen Oh, 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 oh Du hast mich nicht zu viel Warte, ich brauch' ihnen noch mal ein bisschen zu Warte, ich hab' dir noch ein bisschen Fleisch gegeben Ja, warte, ich hab' dir noch ein bisschen Fleisch gegeben Baut die Workbench ab, Baut die Workbench ab 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 Ich weiß auch nicht, ob im Counter gibt, wenn wir gekickt werden Ich glaube schon, aber Wurden die anderen schon gekickt? Nee, die sind nicht Warte noch, warte noch, warte noch Warte, ich hab' ein bisschen Schweinefleisch genommen, ist schlimm Gibt's dir wieder was wollen wir da rein machen 1 so jetzt hast du es ab 8 oh ja du wurdest gekickt dann werde ich wahrscheinlich auch gleich da oben steht die zeit herr minus 10 bei mir geht es ins minus also ja klar okay dann werde ich das auch noch kurz fixen okay leute dann oder dann diskonnect ich jetzt okay leute das war es mit dieser folge oder mit diesen ersten folge mcdp 1 war sehr interessant das hat noch ein bisschen geleckt also werden wir in der nächsten zeit fixen und so was ich hoffe mir verrecken nicht zu früh also jetzt zwölf stunden jetzt müssen wir kurz schauen zwölf kannst du morgen wieder aufnehmen dann könnten wir morgen wieder warte jetzt kurz kannst du kurz kannst du auch abbrechen die aufschauen sonst tun sie uns okay leute das war es mit dieser folge mcdp 1 habe ich schon gesagt aber ja schaut unbedingt bei stmx8 vorbei ist unten in der video schreibung verlinkt bis zum nächsten mal oder ciao bis zum nächsten mal